Dazi, komm, jetzt holtet ihr für uns. Ruhe jetzt. Ruhe jetzt. Es wird los. Hier kreischt. Oh, gefunden. Jetzt ist da noch was gefunden. Könnt ihr vor euch immer hin? Schießt nach vorne. Schießt knapp nach vorne mit euren Kanonen. Ja, Tech, schießt du mal nach vorne. Ach, scheiß drauf. Mit der Flak. Ja, schießt mit der Flak und allem, was ihr habt, nach vorne. Dann räumt ihr mit. So, durch 10. Ich zähl schon. Machen wir ein paar mehr. Sind es noch 10 oder 11? Ja, war nicht viel. Tag oder eine kleine CV? Nicht so weit vor. Alles gut. 17.6er. Bisher drei CVs. Sag Bescheid, wenn du waschen willst. Ja, ich will das bei der Stil oben. Na, der hatte ich gleich einen Range, ne? Genau, jetzt. Ich bin nicht durchgekommen. Changer macht das mal sehr gut. Du dürft ruhig nach vorne schießen. Spülnase, dein Ziel sind die Atagos. Bin ich. Wenn du durchkommst, ja. Wenn du durchkommst, auf die Atagos. Deswegen wollte ich eigentlich Spülnase hier unten mithaben. Mal ein bisschen Freitagover geben. Und los geht's. Hey, es ist eine Art Attack. Attacke. Attacke, im Süden. Attacke. Okay, das hat sie schon erledigt. Ich guck, dass ich die Kaiser gerne kriege, auch wenn es kein Unkel ist. Die Minen sind heftig. Also, die Minen sind echt heftig. Das war nicht die Mine, das war eine Salbe von der German. Ja, mich haben die Minen zerlegt. Super. Ja, das liegt. War mir link die Minen nieder. War sie? Da ist einer. Da war was. E2. Boah, kannst du ja profil zu kreisen. Zwister, was kommt jetzt? Lange Runde, kurze Runde? Jetzt machen wir nochmal so ein bisschen das von vor einer Runde. Das finde ich aber nicht okay. Bitte was? Das finde ich aber nicht okay. Lass eine vernünftige Range Runde machen. Ja, die sind halt... Guck mal mit was die da sind. Lass uns eine Range Runde machen. Die sind halt dicker wie wir. Ja. Ja. Ihr müsst mit hinten nach vorne schießen müssen. Glaubt mir das? Ja, wir hätten einen Lackschi haben müssen, aber wir haben keinen Klappleider dabei. Aber das ändere ich jetzt, ich komme mit der Kaiser. Und dann räumst du ganz schön ziemlich weg von dem Zeug. Ja. Oh, ich habe eine Mine gefunden. Kai ist ja versinkt. Sehr gut. Guck mal, ich will die Mine, die auch in den Hafen haben. Willst du die leer spielen? Wird ja, also schon, nein. Okay, komm, mach's fertig da. Hörst raus, wie ist Hupen wieder, wie ist da? Hörst raus, oder fehlt noch mal fünf Leute. Ich warst jetzt einfach mal vor mit meinem kleinen CV. Ich habe ja noch einen Sechser. Ja, ja, ich habe mich auch gerade schön wegschießen lassen. Was ist da mit dem? Na gut. Noch mal nur Lustige, oder Ernsthaftere? Was? Schröder, am besten crash du. Es dauert sonst so lange. Die schießen eh nicht auf dich. Ernsthaftere, oder? Ja, fahrt mir bitte ruhig, Ernsthaft jetzt. Das heißt, jetzt Rangschwunde, oder? Ernsthaft, egal was. Scheiß was drauf, einfach Ernsthaft. Nimm vernünftig Schiffe, die ihr könnt. Gut. Nun ruhig ballen, nach vorne ballen, damit man viel wegschießt von dem Lied. Nimm ja auch gut. Ja, danke, und have a nice evening. Thank you. Bye. User disconnected from your channel. Nimm ja auch gut.